Hallo, mein Name ist Maja Johanna Jap. Ich bin Trainerin beim diesjährigen Mustang Makeover mit meinem Mustang, die sich hier hinter mir anschleicht, Tech 5781. Sie ist jetzt seit fünf Tagen hier, ist gut angekommen, jetzt wieder weggelaufen. Sie ist ein etwas scheuerer Mustang, der einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Gerade das Einfangen ist noch sehr schwierig und das am Kopf anfassen ist sehr schwierig. Am Körper darf ich sie schon ein bisschen mehr berühren und auch schon putzen. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf unserem Weg bis zum Mustang Makeover Finale. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.